Pilze. Pilze wachsen bekanntlich gerne im Wald, eher auf dem Boden. Doch wer sich erdreistet und meint, er könne sie finden und aufspüren, was mit ihnen machen, der muss erstmal Kenntnisse sammeln. Dies ist die Westermark. Ein relativ ergiebiges Revier. Ja, doch das ist immer so ein bisschen vom Wetter abhängig und davon, wie gut die Augen sind. Deswegen setze ich mal das auf und dann wollen wir mal gucken, ob ihr das hier füllen könnt. Immer los. Okay. 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 Tja, so schnell kann es gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber unter Buchen wachsen ja viele Dinger, ne? Schöpf-Tintling, rauchblättriger Schwefelkopf, Safran-Schirmling, sehr gut erkenntlich an einem Röten und die Crème de la Crème. Austern-Seitling. Aber niemals Ruhe essen. Entschuldigung. 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 Zitzen, wenn es die Zitzen gibt. Vielen Dank.